Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei diesem Video. Heute habe ich ein Tauschpaket von der lieben Katharina und ich dachte wir packen das einfach mal zusammen aus. Ich habe schon aufgeschnitten und zwar ein Lesezeichen. Das ist ja lieb. Machst du sowas selber? Also ich habe ja dafür irgendwie nichts übrig so zu basteln, ab und zu mal, aber ich verliere dann immer so schnell die Lust. Kennt ihr das? Aber ich lese total gern und das wird auf jeden Fall ein Plätzchen in meinem neuesten Buch finden. Und dann hat sie mir hier noch einen kleinen Brief geschrieben. Den lese ich mal schnell durch. Ja, ich denke schon, dass mir das Päckchen gefällt und irgendwas Neues wird bestimmt für mich dabei sein. Ja, hier ist ganz so viel Papier. Sorry für das Geknister. So sieht das Paket aus. Ach Mensch, du hast mir so viele schöne Sachen eingepackt hier. Da werde ich ja schon wieder, kriege ich ein schlechtes Gewissen. Ich habe immer ein schlechtes Gewissen, auch wenn die Leute sagen, das Päckchen hat denen gefallen. Kennt ihr das, wenn ihr mit jemandem tauscht? Und ich denke mir immer, ich habe zu wenig reingepackt. Vielleicht ist das nur so eine Ansicht von mir, aber ich habe das irgendwie immer. Ich weiß nicht. Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob das bei euch auch so ist. Dann fangen wir einfach an, würde ich sagen. Mir fällt heute wieder alles aus der Hand, nicht wundern, mit Kinderschokolade. Mag ich sehr gerne. Die wird nicht lange überleben. Definitiv nicht. Dann haben wir hier, oh, das ist alles für meine Katze. Verschiedene Sachen. Das muss ich sehr gut wegpacken. Vielen lieben Dank. Da freue ich mich mega. Meine Katze liebt sowas. Meine Katze ist gerne. Ja, sie sitzt hier unten. Dann haben wir hier Wunderland, Rainbow Edition. Hält auch nicht lang. Manchmal nehme ich sowas auch mit zur Arbeit. Für die Arbeitskollegen ist das ja manchmal auch ganz nett, wenn man mal was mitbringt. Und da hält das definitiv nicht mal einen Tag. Dann hat sie mir eingepackt M&Ms. Und die mag ich auch sehr gerne. Die mit den Nüssen drinne. Sehr lecker. Da freue ich mich. Und du hast wirklich so viel eingepackt. Da musst du mir wirklich nochmal schreiben, ob ich dir nicht noch was schicken soll. Das ist ja wirklich der Wahnsinn, wie viele Goodies du eingepackt hast. Also bin ich ganz hin und weg. Tee hast du mir auf jeden Fall sehr viel eingepackt. Das ist super. Den nehme ich gerne mit zur Arbeit immer. Da macht er sich, finde ich, am besten. Ich habe auch ein ganzes Teeregal voll. So ist es ja nicht. Ihr kennt das. Dann haben wir hier so kleine Post-Its und einen richtig niedlichen Bleistift. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Aber da ist ein Pinguin drauf. Und hier sind dann noch so Post-Its und in Katzenform. Wie süß, was es nicht alles gibt, ja. Also das Päckchen ist wirklich der Hammer. Dann haben wir hier noch Smarties. Auch immer gut. Manchmal nehme ich die auch zum Backen. Vor allem, wenn ich Cookies mache, sind die immer sehr, sehr gut dafür. Hier ist auch etwas Größeres drin. Du hast mir auch wohl keine Kerze eingepackt, oder? Ich weiß gar nicht, aber ich glaube, ich habe die auch eine kleine reingepackt. Ich bin so verwirrt in letzter Zeit. Das hier ist auch mega. Da freue ich mich so. So ein kleines Care-Paket mit einer Handcreme, mit einer Cremedusche, so einen kleinen Badetappen mit einem Fuchs drauf. Ich liebe Füchse. Mit einer Gesichtsmaske. Mega. Das ist so lieb von dir. Ich bin wirklich sprachlos. Und dann hat sie mir hier noch ein Überraschungsei und zweimal Kinderschokolade. Also da sind meine zwei Kilo, die ich abgenommen habe, ganz schnell wieder drauf. Das sage ich euch. Ich war so stolz, dass ich ein bisschen abgenommen habe. Das wird jetzt nicht mehr. Egal. Man muss sich auch mal was gönnen. So. Das hier, würde ich sagen, machen wir am Ende. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Und ich hole die Sachen hier nacheinander raus. Ja, das ist lustig. Den habe ich dir auch eingepackt, den Arctic Kiss. Weil ich nicht wusste, ob du den schon kennst. Und ich liebe den ja so. Der ist so schön. Leute, wirklich guckt euch den an. Ich kann nicht oft genug drüber reden. Probiert ihn wenigstens mal aus. Der ist so schön kühl, frisch, aber auch irgendwie gleichzeitig so ein bisschen vanillig, gemütlich. Man kann ihn ganz schwer beschreiben, aber guckt euch den bitte an. Dann haben wir hier von Sheerful Candle den Cashmere. Und das Label dazu kenne ich auch. Aber mit Sheerful Candle, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe mit denen irgendwie nicht viel am Hut. Ich habe mir davon mal ein, zwei Wachsmelts gekauft, aber eine Kerze oder so hatte ich jetzt von denen. Ne, noch nie. Oh, sehr schön. Hätte ich jetzt überhaupt nicht erwartet. Ich versuche das mal rauszubekommen. Also das ist ganz normal. Ja, ich würde schon sagen, so leicht aprikofarbenes Wachs. Ach, der ist wirklich schön. Der ist überhaupt nicht stechend. Ein bisschen parfümig. Sehr, sehr weich, kuschelig, gemütlich. Der hoppelt bald in die Lampe. Sagt man das so? Egal, der kommt bald in die Lampe und da freue ich mich auch schon drauf. Der ist wirklich mal eine kleine Überraschung. Also ich wusste gar nicht, dass Sheerful auch so schöne Düfte macht. Ich hatte bisher Düfte, die waren ganz okay, aber hat mich noch nicht umgehauen. Dann habe ich hier Viva Havanna. Ja, und der ist so schön rauchig. Hat aber auch irgendwie was von Vanille. Ja, so richtig nach Tabak, finde ich, riecht. Ja, ist ein toller Duft und ist ein kleines Schätzchen. Da danke ich dir auf jeden Fall, dass du den mir vermacht hast. Dann haben wir hier Moose Creek Noah's Ark. Ist ja nicht normalerweise dunkel. Riecht aber noch nach Noah's Ark. Ja, und ich finde, das ist so ein ganz besonderer Pfeilchen-Duft. Pfeilchen, sehr auch gemütlich, parfümlich. Also mag ich auch. Hatte ich auch einen großen Glas, war aber überhaupt nicht intensiv. Und dann habe ich ihn wieder abgegeben. In dem Meltz mochte ich den aber. Dann haben wir hier von Party Light Velvet Plum. Das kenne ich auch gar nicht. Also Party Light schon, aber jetzt ist die Luftrichtung. Oh, das ist ein schöner Duft. Ja, eine dunkle Pflaume. Eine süße dunkle Pflaume. Mag ich auch sehr gerne. Ich habe irgendwie so ein bisschen Pflaumendüfte für mich entdeckt. Und habe festgestellt, dass es gar nicht so viele Pflaumendüfte gibt. Oder liege ich da falsch? Also falls ihr irgendeinen guten Pflaumendüft kennt, der wirklich auch so ein bisschen Zimt vielleicht mit drin hat, für den Winter, da würde ich mich freuen. Schreibt mir das mal bitte in die Kommentare. Ich finde nichts. Dann haben wir auch von Party Light Amba Suede. Erwarte ich einen männlichen Duft vielleicht? Ja, männlich, aber weich und mit viel Vanille, würde ich sagen. Das ist ein sehr schöner Duft. Sehr, sehr schön. Wahrscheinlich durch den Amba so ein bisschen weicher. Weicher, nicht, also ich finde Leder kann Suede nicht Leder. Oder ist das so was ähnliches? Jetzt bin ich wieder, ne? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall finde ich, hat das sonst immer so, so was Stechendes. Dann haben wir hier von Crossroads, Sommer & Charme. Und den wollte ich auch schon immer mal probieren. Habe den aber nie bestellt. Na, kommen die auch. Na, was riechst du? Riecht süß? Können vielleicht Erdbeere oder irgendwas Fruchtiges ist mit drin, ne? Was man aber nicht explizit rausriechen kann. Und was parfümig kuschelig ist. Was ist das? Da muss ich mal gucken, was da für Duften unten drin sind. Also, das kann ich jetzt gar nicht beschreiben, aber der Duft gefällt mir außergewöhnlich gut. Also, da muss ich auch mal ganz weit gucken, dass ich den teste. Habe ich jetzt auch nicht gedacht. Meine erste Erfahrung mit Crossroads war ja leider nicht so gut. Deswegen bin ich gespannt. Dann haben wir von Sensi Polar Bierhack. Ja, und das ist ja der Eskimo-Kiss, der jetzt umbenannt wurde. Und den hatte ich auch schon mal als Einwürfelchen. Und ja, den mag ich auch. Der geht so in die Richtung von Arctikis. Hat aber noch so, ich glaube, Brombeermarmelade ist ja mit drin. Und das riecht man auch, dass da unten eine Beere drin ist. Aber die ist nicht so aufdringlich. Ist aber auch eher ein frischerer Duft. Mag ich aber auch sehr gerne. Vielen lieben Dank. Dann haben wir hier von Sensi Toasted Marshmallow. Und den mag ich auch. Ich finde, der geht immer. Den hatte ich im Club, habe den aber wieder rausgemacht. Weil ich fand, dass der Marshmallow Fireside von Buffen Body Works sehr ähnelt. Und die Kerze gibt es eigentlich immer. Oder die kommt auch immer wieder neu raus. Mit einem neuen Design zum Herbst und auch im Winter. Und da dachte ich mir, kann ich auch die Kerze kaufen? Dann brauche ich meinen Platz im Club nicht für den Duft verschwenden. Nichtsdestotrotz ist der sehr schön. Der hat nicht so eine ganz... Also Marshmallow Fireside ist eher... Ich finde noch ein bisschen parfümig, rauchiger. Und der hier ist süßer. Riecht aber auch rauchig. Aber der hat diese typische Buffen Body Works Parfüm Note halt nicht. Mag ich aber auch sehr gerne. Dann haben wir hier von Miss Curly Jen Marshmallow Delight. Und von der lieben Jenny hatte ich noch nicht so viel. Ja, der riecht auch ein bisschen parfümig, finde ich. Hat aber auch ein Marshmallow Touch. Ja, könnte man so beschreiben. Hier muss ich mal warm testen. Dann haben wir hier von Village Candle Amber Woods. Ich weiß gar nicht, ob ich den schon mal hatte. Bin mir jetzt gar nicht so sicher. Ist wahrscheinlich ein Waldduft. Ja. Ja, man riecht auch den Amber. So was, ein bisschen was Kiefernadeliges, Blättriges. Riecht man aber auch. Mag ich. Finde ich gut. Dann haben wir hier Goose Creek French Autumn. Den wollte ich auch schon mal probieren. Hab mich dann aber nicht getraut. Und dann haben wir ihn ja jetzt hier nochmal. Ich weiß gar nicht, ob ich den damals auch als Mild hatte oder irgendwas. Aber es ist schon ein besonderer Duft. Ich glaube, da ist auch Pflaume drin. Pflaume und vielleicht auch Bären, Cassis oder irgendwie sowas in die Richtung. Mag ich aber auch sehr, sehr gerne. Gibt es, glaube ich, so auch gar nicht mehr. Ich weiß es gar nicht. Dann haben wir hier Party Light Honey & Ember. Ja, man riecht diesen süßen Honig. Der hat wirklich eine schöne Note. Ist nicht so aufdringlich. Und dann kommt so eine weiche Amber Note noch mit durch. Mag ich auch sehr, sehr gerne. Ja. So. Aufpassen, dass das hier nicht runterfällt. Dann haben wir vorne Wohlfühlmomente Zimzicke. Ja. Kann ich auch manchmal sein, eine Zimzicke. Aber nur, wenn man mich ärgert. Aber es ist auch ein schöner Duft. Ich bestelle bei Wohlfühlmomente ehrlich gesagt nicht so oft. Meistens verpasse ich es leider. Oder ich finde das halt mit der Custom Order da schade, dass halt nicht jeder ein Körbchen bekommen kann. Ich meine, ich kann das aber verstehen. Ich finde es halt nur schade. Ich würde mir halt auch mal gerne besondere Düfte gießen lassen. Und es ist halt schwierig, dann da ranzukommen. Also an alle, die ein Körbchen haben, schätzt euch wirklich glücklich. Die Düfte sind einfach nur toll. Ja. Mag ich auch sehr, sehr gerne. Dann haben wir hier Traumendüfte Pink Orchid und Amber. Ja, das ist auch eine schöne, weiche Blumennote. Ich persönlich finde nicht, dass Orchideen stark duften. Also jedenfalls nicht die, die ich zu Hause habe. Es ist eine sanfte, leicht parfümig-kuschlige Blumennote. Finde ich, passt jetzt auch noch ganz gut. Werde ich auch noch verdüfteln. Dann haben wir hier mal was Frisches, hat sie draufgeschrieben. Island Hopping. Ja, mein Freund mag den Duft auch sehr, sehr gerne. Ich wollte ihn erst in den Club packen, habe es dann aber nicht gemacht. Ja, und das ist wirklich ein schöner, frischer Duft. Also wenn der wiederkommt, würde ich mir den auch auf jeden Fall wieder kaufen. Das ist halt wirklich ein schöner, aquatischer, frischer Duft. Leicht männlich, aber nicht aufdringlich oder irgendwas. Riecht wirklich wie so ein Tag am Meer, am Nordsee, würde ich sagen. Auf jeden Fall eine raue See. Mag ich sehr, sehr gerne. Vielen lieben Dank, dass du mir das eingepackt hast. Ich verspreche mich heute den ganzen Tag. Dann haben wir Happy Milds Honey Vanilla. Und da bin ich mal gespannt. Ja, hier ist die Honignote schon im Vordergrund. Also Vanille nehme ich kaum wahr. Muss ich gucken. Für mich riecht Honig schnell muffig oder auch nach Magie. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Vielleicht wird das warm anders. Ansonsten schneide ich ihn erstmal vorsichtig an und gebe den Rest dann weg. Aber ich probiere es einfach mal. Und dann habe ich hier noch drei Klemmschäden von Sweet Moments Black Opium. Ist das nicht der Duft? Gibt es da nicht auch so einen? Ja. Stimmt. Jetzt fällt es mir ein, ich habe den auch als Parfüm zu Hause stehen. Jetzt, wo ich dran rieche. Und es riecht auch wirklich wie das Parfüm. Kann ich bestätigen. Dann haben wir hier einmal den Harvest Sweater. Der riecht auch schön. Der hat irgendwie, glaube ich, was Abflieges. Und dann so eine leichte, würzige Note mit einfach einem Weichspüler. Finde ich auch sehr toll. Also Eisflower mag ich generell. Da bin ich schon auf den nächsten Restore gespannt und hoffe, dass ich da auch mit bestellen kann. Dann haben wir Fresh Hay Honey & Amber. Ich glaube, das ist sogar vom letzten Restore. Kann das sein? Da wollte ich nämlich auch mal gucken. Oh, das ist eine besondere Luft. Ja, das Heu riecht man auf jeden Fall. Amber auch. Honey. Würde ich jetzt vielleicht sagen, dass es so eine süße Note gibt. mag ich auch. Also da hast du wirklich meinen Nerv viel getroffen. So, dann gucke ich nochmal nicht, dass ich das vergessen habe. Nein, habe ich nicht. Ich höre es auf jeden Fall klappern. Ich hoffe, es ist heile geblieben. Ich habe es mit eingepackt und ich glaube, wenn man das in so ein Licht da reinmacht, was sie mir auch mitgeschickt hat, danke, wirft das bestimmt schöne Schatten an die Wand. Ach, das ist ja total meins. So ein Goldrand. Also da wirklich danke. Das kommt gleich in meine Deko. Finde ich sehr, sehr schön. Vielen lieben Dank. Ja, also ich kann auf jeden Fall sagen, dass mir dein Päckchen sehr, sehr gut gefallen hat. Und ich hoffe, dass dir mein Päckchen auch gut gefallen hat. Du kannst mir ja gerne nochmal schreiben, liebe Katharina. Und ja, ich freue mich mega auch über die ganzen Goodies. Also da habe ich wirklich ein schlechtes Gewissen. Und ja, ich bin einfach hin und weg. Auch die Düfte sind toll. Bis auf den einen von Happy Milz bin ich mir sicher, dass mir die anderen gefallen werden. Und ja, ich kann einfach nur Danke sagen und ich tausche immer wieder gerne mit dir. Genau. Ich werde mich jetzt ans Schneiden machen und weiteres Video dann für euch hochladen. Ich hoffe, ihr habt noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss. Tschüss.